Was ich auch sehr gelungen fand, ist diese Idee, quasi zwei Flüchtlingen in Gesicht zu geben und durch persönliche Gegenstände quasi dem Besucher, also mir, wie auch eine Nähe zu geben, zu persönlichen Fluchtweges sozusagen. Als ich so die Frage gelesen habe und gleichzeitig ist im Speaker die Fragen ausgesprochen. Ich glaube, in dem Moment, als ich es gelesen habe, habe ich die gleiche Frage gehört und habe fast wie Hühnerhaut bekommen. Und das ist wirklich so wow. Wie extrem imponiert hat man die visuelle Kamera, damit man wirklich die Situation einfühlen kann. Das ist für mich sehr intensiv und eindrücklich. Ich würde die Ausstellung sicher weiterempfehlen an einem Freund oder einer Freundin. Das ist einfach etwas, das wir gesehen haben. Es ist extrem beeindruckend, dass gewisse Menschen auch in jungem Alter schon leisten für die Gemeinschaft. Und das macht einen nachdenklich über sich selber, ob er nicht mehr auch schon hätte ich machen können oder sollte machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall motivieren er sich da irgendwie selbst zu engagieren und das Ganze auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.